grüßt euch so ich werde mal gucken jetzt weil ich habe jetzt ein paar kupperträger ob ich da steine kriege oder auch nicht weil das endergebnis sieht ja aus wie gegrubbert müsste sich wohl halt flüge und steine sammeln mal gucken ob das jetzt funktioniert so ach der ist da das meine Maus hier jetzt ist er fertig 35 oh ne ich bin schon ganz falsch 30 ah ja passiert ich hätte also über die durch den Tunnel hättest er gemusst ok da ist noch ein blanke oder ok da ist noch ein blanke oder Ich brauche mal ein bisschen im Weg, ja, schön, toll. Ich brauche mal ein bisschen. Zum Glück fährt er schnell genug, dass mich das nicht ganz so sehr stört. Ich habe es sich jetzt mit 50 langen Tuckern, hätte es mich genervt. Ich kann auch hier drüber fahren. Ich kann auch hier hin, der Kurve ist immer angerost, auf seiner Spur. Ich kann auch hier hin, ich kann auch hier hin. Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Na geht's. Also kriegen wir hier von den Feldern keine Steine runter. Können wir das Ding euch auch wieder verkaufen. Theoretisch. Na geht's. Könnte man den hier eigentlich wieder verkaufen. Aber der hat immer so einen schönen Vorknitz. Können wir es ja nie. Können wir es denn mal stehen bleiben. Wo bin ich jetzt? Hä? Da bin ich, oder? Genau, der Bosch. Es ist immer scheiße, wenn man genau hinter solchen AD-Punkten ist. Sieht man eh nicht. Da bin ich, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, du bist fertig. Ich glaube, du bist auch komplett mit Unkraut fertig. Kann das sein? Ja. Gut. So, dann kannst du jetzt weiter dringen. So, dann kannst du das mal sehen. 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 So, wir sind ins Rutschen gegangen. 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 So, wir sind ins Rutschen. So, wir sind ins Rutschen. So, wir sind ins Rutschen. So, naja. Das ist ja gut. Untertitelung. BR 2018 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 enforceable. Br theology monsters 3 ein nebel macht macht das hier schlimm ist das wie das hier stiebt bei dem grubbern fliegen dürfte eigentlich nicht ganz extrem sein wir haben ja eigentlich geschafft heute sechs videos absteht es heute geschafft und jetzt sind jetzt einige stunden davor mit unserem geplanten aufnehmen So ne ich hätte ja heute sogar so gemacht, 2 Minuten zu. Heute wäre ja... Heute hätte ja eigentlich das reguläre letzte Video kommen müssen. Von denen, die weg waren. Gut ne ich hätte ja heute eh... Erlass gemacht. Ne geht's. So und vom Range, wen es interessiert, gibt es wieder ein neues Update, habe ich heute gesehen. Also es gibt wieder ein bisschen was neues. Ich hoffe mal, dass meine Hühner wieder funktionieren. Für diejenigen, die das auch gucken. Es gibt wieder mal ein Update. Soll irgendwie ein Performance... Performance Update sein. Lichtschalter. Endlich gibt's die. So funktioniert, wie Sie es gesagt beschrieben haben. Auf den Lichtschalter kann ich so viele Lampen drauf machen, wie ich das will. So habe ich das verstanden. Das ist schon mal sehr gut. Bin ich schon mal gespannt, ob das funktioniert. Mit dem Lichtschalter, oder? Ja. Schmogen merken. Also ihr werdet es erst nächste Woche merken. Ah ne. Ne. Stopp. Falsch. Ihr habt es schon gemerkt. Das Video, was ich... Die Videos, die ich aufnehmen, die kommen ja auch schon die Woche. Stimmt ja. Am 20. kommt das erste Video wieder. Mit dem neuen Update. Es kam ja am 3. Mai, glaube ich muss. Kurz nachdem ich meine letzte Aufnahme gemacht habe. Eigentlich kamen die Updates ja mal Ende des Monats. Jetzt kommen sie Anfang des Monats, so wie ihr seht. Auf jeden Fall, diesmal kommt sie Anfang des Monats. Und dann sind ja doch schön jetzt. Ja jetzt. Inhörtja? Auch. Aber ist das nicht sehr schlimm. votre喝 et sont garables . Nein donc, diesmal. Vielleicht. Ich bin froh. Ich glaube, vielen Dank der Kitbel, wir wollenchi. Und das ist zwar oder. Ich bin froh... Wenn es hier nicht weiter precautions. Nun sind wir es melhores. Ich glaube, vielen Dank, monathe. wir sind dabei in drei minuten live dann muss ich sagen wir erst einmal fertig gruppen und wir anfangen mit fliegen ich denke mal irgendwo zwischendrin wenn ich beim fliegen bin ja schon mal video machen oder aller spätestens im november sehen wir uns auf jeden fall wieder ich denke mal ich werde beim fliegen noch mal ein video machen auf jeden fall werde ich das video erst noch beenden und wir sehen uns dann im nächsten wieder bis dahin